Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Session Death Knights of Könn. Wir sind in Kalamann im Bazar auf der Suche nach dem Dream Merchant. Und dann würde ich sagen, suchen wir doch mal weiter. Oh, hier gibt es einen Shop. Ha, Wahnsinn, das notiere ich mir gleich mal. Den habe ich letztes Mal gesucht, wie, vorletztes Mal, also in dem Video das nicht geklappt hat, gesucht, wie ein blöder. Okay, gucken wir mal, was wir hier für schönen Stuff haben. Ja, super. Ja, 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 ja. Na, den auf Manni, wetten doch. So. Ja, ja, okay, Maze ist schon mal gut. Ähm, das ist alles Mist. Die Maze lassen wir ihm mal, damit er, falls wir gegen Skeletal Knights oder Skeletons kämpfen, ein bisschen mehr Schaden machen. Quarter Staff kommt mal einer zu Wertner. Bracers kommt auch mal einer zu Wertner. Ansonsten werden wir die wahrscheinlich nicht brauchen. Äh, naja, das ist alles zu teuer. Äh, übrigens zu viel Geld. Das können wir eh nicht mit uns rumschleppen. Dann schmeißen wir es einfach weg. Äh, so. View Items. Okay, dann gibt's noch eine Maze für dich und du wählst eine. Sehr gut. Jetzt haben wir alle Maces. Ja, gut, ich hab ja schon ungefähr eine Ahnung, was das hier ist. Nicht wahr? Nicht wahr? Ja, ja, ja. Hopp. Yes. Hopp. Yes. Brauchen wir alles nicht. Alles. Kleinkram. Du hast nichts. Äh, du hast auch nichts. Und du hast da schon eine ganze Menge. Quarter Staff kann mal weg. Heben wir mal auf. Wing of Protection plus 2 hast du auch noch. Ah, ja, Bracers AC4 wären ganz gut. Und die zusammen mit einem Wing of Protection würden tatsächlich eine Plate Mail ersetzen. Naja. Okay. Die können wir wahrscheinlich nicht joinen, weil die aus dem neuen Spiel sind, wie üblich. Joa, so was sagen, ist das okay. Wie sieht das mit der Code? Uch, du Liebe. Was? Oh, das kannst du nehmen. Das kannst du dann deinen Ritterfreunden in den gierigen Rachen schmeißen. Okay. Dann speichern wir mal ab. Das ist ja schon mal ganz gut, dass wir diesen Shop gefunden haben. Aber wir wollen ja eigentlich den Dream Merchant finden. Ja, das ist ja alles so ein bisschen unübersichtlich. Äh, Crowd Search around you. Aha. Dream Pavilion. Sehr schön. Suddenly man change form. Aha. Okay. Ähm. Ähm. Hinter uns auch. Naja, aber so stelle ich mir schon R-Kämpfe vor, dass man nicht nur eine Gruppe hat. Aber ohne Sicherheitshalber gucke ich mal. Da stehen natürlich noch welche. Dann machen wir erstmal den hier kaputt. Autsch. So, du gehst mal nach unten. Oh ne, alle auf Fall from Grace. Das ist unfair. Und auf meinen Magier. Mensch. Helfen wir dir mal? Was? Kannst du mit 1000 Steel Pieces schon nicht mehr laufen, oder was? Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, sie ist 1875. Also ich habe ja so ungefähr, weiß man ja, wenn man es häufiger gespielt hat, ähm, ähm, äh, was so die Grenze ist, was man an, an, äh, 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 Sachen mitschleppen kann an, an, an Geld und so. Und, äh, nur, da ist man ja irgendwie, oder bin ich halt an 1800 gewöhnt, äh, gewöhnt. Deswegen, da weiß ich noch ungefähr, wie viel, äh, Money ich immer mit mir herum tragen kann. Das ist jetzt, äh, alles ein bisschen anders. Und nur noch 6, das ist auch nicht gut. Ah, shit, shit, shit. So, nun machen wir hier Ende. Ja, und wir können beim Aimen, wenn wir den letzten Gegner auswählen, wählt er auch tatsächlich den letzten Gegner aus und nicht den letzten Charakter. Das heißt, wir visieren uns nicht selber an. Auch eine Verbesserung gegenüber Champions of Queen. So, nee. Äh, no treasure acquired to the west. Okay, speichern wir mal erst. Eights Point south and shout, they took him. Aha. Ach ja, jetzt gibt es so eine Art Verfolgung. Wo ich ehrlich gesagt echt nicht weiß, ob man die, äh, also man rennt jetzt hinter den Kidnapper hinterher. Ja, you hear yells as Clothrips further on. Ähm, die entkommen aber immer. Also mir zumindest. Ich weiß echt nicht, ob man sie, äh... Ja, find the kidnappers, toll. Wendels, ja... Ich weiß echt nicht, ob man sie fangen kann. Seems the kidnappers got away. Ja, das kriege ich jedes Mal. Egal. Welchen Weg ich nehme, äh, soll nämlich noch eine andere Gruppe geben, die irgendwie in eine andere Richtung rennt. Also ist, äh, ich schaff das immer nicht. Äh... Sollen wir hier? Waren wir hier schon drin? Ups. A passing woman drops a note. You pick it up. Aha. We'll call it as Journal N258. The mysterious letter. The letter reads. Brave adventurers, you have a locked box. We have the man with a key. Since we both seek to stop Lord Soth from coming to power, why not bring the sleepstone and the dream merchant together under rules of truth? Tonight meet us at the sixteenth hour in the center of the bazaar. No tricks, so we shall kill the dream merchant, the kidnappers. Sechzehnte Stunde ist hier offensichtlich nachts. Mhm. Hm, ja. 16 Uhr ist nachts, okay. Meet the kidnappers in the bazaar tonight. Hm... Jo, würde ich sagen. Machen wir das doch. Aber vorher... Achso, hier war ja... Das war ja das Inn. Hier wollen wir ja mal rasten. So. Nee. Mal gucken, was der Kommandante sagt hier. So, lasst mich mal durch. Ja, ja. Ist euer Fehler. Genau. Dane ist out. Hm... Ja, schon out. Okay. Ja, wissen wir schon. Ja. Ja, und wo sollen wir die treffen? Im Bazaar. Mhm. Nein, es wird schon... Nee, hier ist kein guter Punkt, um zu warten. Nein, will ich nicht. So, hier. Ja. First you send someone. Okay. Wird es dann langsam mal dunkel hier. Hm... Ah, um 14 Uhr geht die Sonne hier unter. Das ist ja auch interessant. So, wenn ich jetzt auch noch wüsste, wo ich hin muss, wäre das echt enorm hilfreich. Der Bazaar's Center. Ah, warte hier. Jo. Time passes. Out of the gloom sail blue dragons, ach du lieber Gott, and a red dragon holding a man. It hisses a greeting and sets the merchant down. What do you do? Ho, 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 ho. Listen. The merchant speaks. Give me the stone so I may go free. Its message will not benefit these creatures. Hm. Hm. Give him the sleep stone. He takes the stone. You shall not tell. Get the stone. Wex, the merchant says, cook, win, and vanishes. Evil attacks. Mhm. Noch irgendwo wer rumstehen? Nee. So. Good old lightning bolt. So. Da ist wahrscheinlich einer weggerannt. Hm. Hm. Das war nicht so schlau. Egal. Kriegen wir jetzt ja wohl so kaputt. Ja, ja. Lass mich in Ruhe. Ja, ja. 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 Das war nicht so schlau. So. Du aus dich. Du bist tot. Du bist nicht tot. Ja. Warum denn nicht? Hm. Dich. Gut. Bist tot. Gut. 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 Sehr gut. 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 Autsch. Mhm. Oh, ganze Menge Hitpoints sehe ich. Aber das ist doch recht fix reduziert, nicht wahr? Oh, sehr schön. Backstab. Backstab. Achso, ne. War noch einer dazwischen dran? Nicht gut. Reicht ja auch so. Geht das eigentlich auch, wenn man sie nicht getroffen hat? Ja. Sehr gut. Oh. Schön, Punkte. Oh Gott, das schon wieder. Gut, das sind ja die üblichen... Oh. Oh, 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 oh. Nehmen wir sicherheitshalber mal mit. Man weiß ja nie. Mh, mh. Nö. Everyone is flat. Na super. Habe mal gut gemacht. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Ich bin ja auch von mir selber. truly, das ist ja auch. Ja, ich bin ja, ich bin ja auch, oh oh, oh. oh, oh. 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 oh oh. Vielen Dank.